Ich bin die Frau Ulrike Herr-Krebs. Die Frau habe ich betont, weil der Name ja Herr-Krebs heißt, die Firma Interni in Einrichtungen. Wir richten also rund um den Globus ein, über Frankreich, über die Schweiz, über den Comersee, über die spanische Küste, Portugal, Teneriffa, über Mallorca, Ibiza. Wir organisieren von hier alles weitere, was wir benötigen und fahren da mit unserem gesamten Team raus und wenn sie dann ankommen, ist ihr Ferienhaus fix und fertig. Ich habe für mich so eine Liste, so Dinge, die ich gerne sehen möchte und so mache ich diesen Urlaub. Dieses Jahr fahre ich nach Polynesien, nach Kuwait, nicht nach Hawaii, sondern Kuwait. San Francisco, drei Tage, wo ich noch nie war. Das hätte ich gerne mal gesehen, das fühle ich mir jetzt auf dem Weg dahin. Immer praktisch denkend. Also dann nach Kuwait und dann zurück nochmal zwei Tage New York und dann geht es wieder nach Düsseldorf. Deutschland Urlaub finde ich auch super. Also ich liebe den Tegernsee, ich liebe München, ich habe auch gerne Städtereisen, selbst die Mosel habe ich sehr gerne, also mal für ein Wochenende. Wunderbar, Wein verköstigen und gutes Essen. Richtig. Handy ist dann aus. Das ist dann der Urlaub total, wo man gar nicht denkt, wo man wirklich relaxt und einfach abliegt. Wenn ich nach Essen komme, Düsseldorf, der Schürwig, dann bin ich zu Hause, dann geht mir das Herz auf und das ist meine Heimat. Ja, vielen Dank. Haben wir alles im Kasten. Ja, so, dann die nächste Dame, bitte schön. Bitte schön.